Wie soll ich noch etwas zu einer Person sagen? Ich bin einer Sprecher des Kras-Computer-Clubs. Mein Hauptberuf ist, ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens für Kommunikationssicherheit. Also wir machen abhörsichere Kommunikationstechnologien schon seit diversen Jahren. Und nachdem ja nun meine Vorredner relativ ausführlich dargestellt haben, wie schlecht eigentlich die Lage ist, will ich mal versuchen, ein bisschen drüber nachzudenken, vielleicht auch mit euch zusammen darüber, was wir jetzt eigentlich tun können. Also welche Möglichkeiten wir haben, aus diesem Schlammarsel wieder rauszukommen. Die Größe des Problems, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, sind ungefähr 50 Milliarden Dollar im Jahr. So, das ist ungefähr die Größenordnung des Etats, der uns da gegenübersteht. Das ist also ungefähr das, was wahrscheinlich die Abhörgeheimdienste dieser Welt gemeinsam auf das Problem werfen, die Welt zu überwachen. Also wir müssen uns nicht einreden, dass es nur die Five-Eist-Dienste sind, über die wir jetzt dank Snowden mehr wissen. Sondern wir können genauso gut davon ausgehen, dass auch die Russen und die Chinesen und die Inder und die Israelis und auch die Deutschen alle kräftig mit dabei sind. Und wir haben, also uns erwischt dieses Problem gerade zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt in der Informatik. Also wir müssen eigentlich konstatieren, selbst wenn wir nicht von diesen ganzen Tao-Geschichten wüssten und von diesen Infiltrationsmechanismen und von Hardware-Bugs und wie sie irgendwie die Router schon auf dem Postwege verseuchen und so weiter und so fort, selbst wenn wir davon nicht wüssten, müssten wir schon alleine auf der Ebene der IT-Sicherheit gegen normale kriminelle Angriffe konstatieren, dass die IT-Security gerade eigentlich kapituliert hat. Und so, ich weiß nicht, was man von euch mitbekommen hat, vor ein paar Wochen hat SymanTech, weltweit größter Anbieter von Snike Oil, also Antiviren, gesagt, 48 Prozent der Trojaner sehen sie nicht. Also man kann sich da die allerneueste, schickste, tollste SymanTech-Software installieren, 48. Also die Hälfte der Trojaner sehen sie einfach nicht. Nicht mit allen Heuristiken, nicht mit allen Möglichkeiten irgendwie des Pattern-Matchics und was sie sonst noch so haben, nicht mit Verhaltensanalyse. All die ganzen Dinge, die man da so hat, die sich über die Zeit entwickelt haben in der Mailware, Detektion und Analyse, bringen gerade mal 50 Prozent. So, das heißt, wir haben es dann mit einem fundamentalen Problem zu tun, des Versagens der IT-Security. Und damit natürlich auch der Informatik, da müssen wir uns mal nichts vormachen, sondern wir haben unser ganzes schönes Imperium der Informatik, die Netze, die vernetzte Welt auf Sand gebaut, weil wir zu lange davon ausgegangen sind, dass wir in diesem schönen neuen digitalen Universum alle Freunde sind. Und die Leute, die was Böses wollen, naja, das sind halt die netten Hacker von nebenan, die sind ja nur neugierig. Dass die netten Hacker von nebenan irgendwann mal halt irgendwie ein Einfamilienhaus und irgendwie drei Kinder haben und irgendwie dann bei der NSA arbeiten, ist uns irgendwie nicht in den Sinn gekommen oder zu spät. Nun stehen wir also vor diesem Schlamassel. Und wir müssen ein bisschen genauer hingucken, um festzustellen, welche möglichen Auswege haben wir. Und es wird Dinge geben, die werden wir technisch nicht kurzfristig geregelt bekommen. Und es wird andere Dinge geben, die technisch durchaus regelbar sind. Und darüber will ich heute ein bisschen reden. Ein Teil des Problems, dem wir uns gegenüberstehen, ist ja, dass wir eine Welt haben, in der immer mehr Daten in immer weniger Händen sind. Also wenn wir uns die Konzentration angucken der Internetunternehmen, dann sehen wir, dass es am Ende halt auf so Oligopole hinausläuft. Also wir haben so, keine Ahnung, wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn wir vielleicht so was wie fünf oder zehn Unternehmen haben, wenn der Trend so weitergeht, die wahrscheinlich weitaus mehr als die Hälfte unserer Daten haben. Der Trend geht immer mehr dahin, dass wir so was wie Lebensassistenten haben. Ich weiß nicht, wer sich mal Apple Siri angeguckt hat oder jetzt das Zeug von Amazon oder Google Now. Was die wollen, ist, die wollen künstliche Intelligenzen bauen, die uns das Leben erleichtern und nebenbei dafür sorgen, dass wir entweder mehr Werbung klicken oder ihr Zeug kaufen, was wir eigentlich nicht brauchen. Das heißt, die Früchte der Informatik-Revolution, dass die KI jetzt endlich mal funktioniert, dass die Leute, die da früher ganz hinten in Informatik am dunklen Ende des Gangs waren und da, wo künstliche Intelligenz dran stand, die irgendwie die nuklearen Winter versuchten zu überstehen, wo die Prozessoren nicht schnell genug waren und der Speicher zu wenig, die sind mittlerweile ja am Blühen. Die kriegen gute Jobs bei Google, die haben genug Daten, die haben genug Prozessoren und die kriegen auch Jobs bei der NSA. Und die Datenbasen, auf denen diese Überwachung funktioniert, sind genau die Datenbasen, die wir mehr oder minder freiwillig rausgeben dafür, dass unser Leben schöner, angenehmer, bunter, kostenloser wird. Und deswegen können wir diese beiden Probleme nicht getrennt betrachten, sondern wir müssen dem ins Auge blicken, dass unser Verhalten, unsere Art und Weise, wie wir mit unseren Daten, mit unserem Leben umgehen, wie unsere digitale Welt durch uns selbst strukturiert wird, Teil des Problems ist. Und das bringt mich zu meinem ersten Lösungsvorschlag, nämlich zu versuchen, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich diese potenziellen Oligopole oder mittlerweile de facto Oligopole, was haben wir mittlerweile Google, Facebook, Apple, Amazon, vielleicht eBay, noch zwei, drei, wie können wir deren Incentive, mit den Diensten zusammenzuarbeiten und denen das Leben einfacher zu machen, wie ist es möglich, das zu brechen? Also wie können wir da hinkommen, dass die eigentlich ein Interesse daran haben, dass sie eigentlich keine Kooperationswilligkeit mehr aufweisen gegenüber diesen Diensten. Zum Teil ist es gelungen, allein durch Public Shaming, muss man sagen, dadurch, dass sie plötzlich in der Presse waren, als diejenigen, die, ja, Google ganz vorne dran, als bekannt wurde, dass die NSA den Traffic zwischen deren Datacentern abschnüffelt, da war bei denen richtig was los. Da gab es ein richtiges großes Meeting, wo sie alle Techies zusammengerufen haben, die irgendwie Ahnung von dem Thema hatten und überlegt haben, was können wir jetzt eigentlich tun und dementsprechend auch eine große Aufrüstung betrieben haben bei Facebook, genau dasselbe, ja, bei Yahoo auch. Und deren natürlicher Instinkt spielt uns dadurch aus in die Hände. Der ist nämlich, die Daten, die unsere User uns gegeben haben, die soll möglichst keine andere haben, weil die sind ja wertvoll. Und wenn irgendjemand mitbekommt, dass wir diese Daten, dass wir da nicht so gut aufpassen, dass die NSA die hat oder die Briten oder der BND, ganz schlecht. Dann kriegen wir ordentlich Klopfe und dann gehen die Leute weg, dann gehen sie vielleicht woanders hin oder verschlüsseln gar ihre Daten. Ganz doof, weil dann kann man da nicht mehr reingucken, dann kann man sich nicht mehr auswerten, dann kann man nicht darauf mehr Werbung verkaufen. Und eigentlich könnte man von da aus auch hingehen und sagen, okay, wollen wir denn eigentlich nicht vielleicht auch dafür sorgen, dass diese Leute weniger Daten haben? Und wie kommen wir denn da hin? Und der Schlüssel dazu ist aus meiner Sicht das Brechen der Werbeökonomie. Wir haben momentan ein Internet, was im Wesentlichen deswegen so scheiße ist, wie es heute ist, weil nach der ersten Startup-Welle niemand eine richtige Idee hatte, wie man den Leuten Geld abluxen kann. Niemand wollte für dieses Zeug im Internet bezahlen. Sondern, was die Leute wollten war, naja, wer weiß, ob es dieses Startup in drei Wochen noch gibt, also lieber mal höchstens auf die Werbung klicken oder die Werbung tolerieren. Und daraus resultierte dann zusammen mit Googles Innovationen von ihren Werbeversteigerungsmethoden das Internet, wie wir es heute kennen. Also ein weitgehend werbefinanziertes Internet, in dem niemand mehr gewohnt ist, irgendwie für Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Und wir alle uns im Wesentlichen daran gewöhnt haben, dass wir getrackt werden, dass wir mit unseren Daten dafür bezahlen, dass wir Dienstleistungen bekommen, für die wir eigentlich auch mal einen Euro ausgeben können. Deswegen wäre eine Forderung, die durchaus auch den Diensten das Leben schwerer macht. Pass auf, wenn du als Unternehmen einen Service anbietest, Facebook, Google Mail, was auch immer, dann musst du per regulatorischen Requirement genau diesen selben Dienst, auch ohne Tracking, ohne Werbung, ohne Verfolgung, so anonym und sicher verschlüsselt, wie du es technisch hinbekommst, für ein bisschen Geld anbieten, für genau denselben Betrag, den du sonst verdienen würdest, wenn die Leute die Werbung sehen würden. Die Beträge sind lächerlich gering. Also ich habe mir das mal angeguckt, was verdienen denn so eigentlich so Unternehmen pro Nutzer an Werbung? Das sind Centbeträge pro Monat. Das ist halt jetzt nicht so, dass man plötzlich für Google Mail 10 Euro im Monat bezahlen müsste. Wir reden also von eher so 37 Cent oder sowas. Das ist halt völlig lächerlich. Das heißt, für 5 Euro im Jahr könnte man entspannt Google Mail bekommen. Ich denke mal, wäre für, die gucken dann nicht mehr rein, die Mail ist verschlüsselt, durchaus ein Angebot, was zumindest für Leute, die nicht besonders paranoid sind, schon mal attraktiv wäre. Und genau diesen Punkt, den Datenschutz, den wir in Deutschland sehr regulatorisch angesetzt haben, zu sagen, wir brauchen halt Datenvermeidung, wir brauchen Datensparsamkeit, alles muss eine Zweckbindung haben. Die Gedanken sind ja vollkommen richtig. Sie klingen nur so nach Großrechner-Zeitalter. Die klingen so nach, naja, Leute, die halt schon ein bisschen Probleme hatten, so mit PCs und mit dem Internet, wurde es dann schon ganz schwierig. Und aus dieser Ecke rauszukommen, erfordert eben auch die ökonomischen Incentives, die diese großen Konzerne haben, mitzudenken. Und darüber nachzudenken, wie kann man einfach sagen, okay, wir müssen die im Zweifel regulieren. Alle Industrien, die groß genug geworden sind, unterliegen Regularien, das ist nicht weiter schlimm. Wir können sie auch regulieren. Wie können wir diese Regulationsmechanismen immer zweifach denken? Zum einen, wir wollen nicht, dass diese Unternehmen so viele Daten haben. Zum anderen, wie können wir sie dazu benutzen, um den Geheimdiensten das Leben schwer zu machen? Dahinter steht natürlich ein sehr grundlegender Gedanke, nämlich Information ist Macht. Und Macht ist etwas, was wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft als ein regulierungsbedürftiges Ding identifiziert haben. Das ist eigentlich schon etwas länger, also in ein paar hundert Jahren so, das, worum es eigentlich in der Politik geht. Nämlich, wie wird Macht verteilt? Wie werden Machtkonzentrationen, die übermäßig groß sind, vermieden? Wie kann man versuchen, als Bürger seine eigene kleine, sein kleines bisschen Macht, was man hat, so zu verwenden, dass die Welt ein bisschen hübscher und schöner wird? Und genau dafür ist Privatsphäre da. Wir haben ja immer diesen Versuch, Privatsphäre und Transparenz zu verwischen. Zu sagen, ja, du als Bürger musst einfach ein bisschen transparenter werden, damit unsere Gesellschaft besser funktioniert, damit wir wissen, wie viele U-Bahnen irgendwo fahren müssen oder was auch immer. Und wir müssen genau auseinanderhalten. Transparenz ist etwas, was wir als Individuen fordern müssen von großen Entitäten, von Unternehmen, von Behörden, von Geheimdiensten, von der Regierung. Weil Transparenz, Wissen, was machen die mit unseren Daten? Genau, was Andi vorhin sagte. Wir wissen viel zu wenig darüber, was tun die eigentlich mit diesen ganzen Daten? Welche Erkenntnisse ziehen die daraus? Welche Folgerungen schließen die aus den Daten, die sie abhören, die sie auch von den Konzernen bekommen? Genau die Balance dafür zu finden, besteht darin, zum einen, denen weniger Daten zu geben, zum anderen, besser zu wissen, was die eigentlich damit tun. Und unser Abwehrrecht der Privatsphäre, also dass wir als Individuen das Recht haben, nicht alles von uns zu offenbaren, ist in diesem Spiel, in diesem übergeordneten Spiel, tatsächlich am Ende ein Instrument der Machtregulierung. Nun wird man sich natürlich sagen, okay, Herr Gott, können wir denn eigentlich überhaupt so etwas wie Google oder Facebook oder so, sind wir eigentlich überhaupt in der Lage, als Deutschland, als Europa, da irgendwas zu tun? So sind wir in der Lage, die irgendwie an die Kandare zu nehmen? Lustigerweise ja. Mein Beispiel dafür ist dieses, nun ja, etwas strittige Urteil des Rechts auf Vergessen. Alle hatten eigentlich erwartet, dass Google irgendwelche Umgehungsmechanismen findet und sagt, okay, ja, wir speichern die Daten nicht mehr in Europa oder wir bieten die Services irgendwie anders an. Aber nein. Tatsächlich ist es so, dass gerade die großen Unternehmen durchaus willens sind, weil sie gerne möglichst wenig Komplikationen haben wollen mit solchen Konstrukten, ja, sich an solche gesetzlichen Vorgaben zu halten. Das heißt, man kann tatsächlich auch solche großen Internetunternehmen regulieren mit einer großen Entität wie Europa. Das geht durchaus, man muss es nur wollen. Die Frage, ob wir in der Lage sind, solche Entitäten wie die NSA zu regulieren, ist hingegen etwas andere. Wir haben da das prinzipielle Problem, dass ein Geheimnis an sich nicht kontrollierbar ist. Es liegt in seiner Intention, in seiner Anlage, dass er Dinge tut, die im Blick der Öffentlichkeit entzogen sind. Deswegen ist die einzig sinnvolle Forderung, die einfach abzuschaffen, einfach zuzumachen und zu sagen, pass auf, da müssen wir jetzt nicht lange darüber diskutieren. Wir haben uns jetzt lange genug angeguckt. und es gibt da keine Handlungsmöglichkeiten, die irgendwie nicht alle zehn Jahre wieder dazu führen, dass ihr irgendeinen Scheiß gebaut habt, den wir jetzt wieder regulieren müssen und wo wir versuchen rauszukriegen, was ihr da eigentlich getan habt. Ich weiß nicht, wer von euch den NSA-Untersuchungsausschuss verfolgt, der ja gerade in den letzten Wochen einen Applaus für André Meister, der das für uns alle tut. Der sich ja in den letzten Wochen so ein bisschen zum BND-Untersuchungsausschuss gemausert hat, wo man halt versucht, überhaupt nochmal rauszubekommen, was macht eigentlich unser Geheimdienst mit dieser NSA? Welche Daten geben die denn eigentlich auf welcher rechtlichen Grundlage? Wo kriegen sie die eigentlich her? Was sind die Zwecke dabei? Und dann stellt man fest, naja, das hat jetzt nicht mal irgendeinen konkreten Zweck. Die machen das jetzt nicht unbedingt, um diesen bösen Terroristen zu fangen oder jeden bösen Terroristen zu fangen, sondern die machen das, um gegenüber der NSA und den Briten gut dazustehen. Das ist so ein Sandkastenkabbel-Spiel. Guck mal, ich habe eine tolle neue Schaufel. Die Mechanismen sind echt nicht anders, wenn man sich das so durchliest. Guck mal, ich habe eine schöne tolle neue Schaufel. Darf ich mal mit deinem großen Buddleimer spielen? Mal ganz ehrlich, wollen wir das? Also ich meine, das ist nichts, was ich in meinem Namen als Bürger dieses Landes mit meinen Steuergeldern sehen möchte eigentlich. Und daraus folgt eigentlich so, regulieren ist halt echt schwer, weil insbesondere natürlich die Dienste ein großes Interesse daran haben, genau diesen ganzen Bereich des Datenaustauschs zwischen den Diensten unter der Decke zu halten. Und wenn man sich so durchliest, was da immer so durchsickert, auch über die Jahre und was früher schon durchsickert, also wenn wir zum Beispiel einen alten Echelon-Report lesen von Niki Hager ans Europaparlament von 1999, der dann halt irgendwie keine Beachtung mehr fand nach dem 11. September 2001, da sind genau dieselben Mechanismen schon beschrieben. Also dass halt Zugänge zu bestimmten Datenquellen, zu bestimmten Kabeln erschlossen wurden, nicht unbedingt, weil man sie wirklich selber brauchte, sondern um Handelsware zu haben. Also um was in der Hand zu haben, was man tauschen konnte. Und dafür möglicherweise ganz abstrakt sich Gefälligkeiten auszutauschen, einzutauschen, die man dann vielleicht irgendwann mal brauchen konnte. Zum Beispiel ganz systematisch Erkenntnisse über Bürger des eigenen Landes, die man nach Recht und Gesetz nicht überwachen darf als Auslandsgeheimdienst, die aber die ausländischen Partnerdienste natürlich überwachen dürfen und dann können die schon mal gerne erzählen, was denn so war. Da wissen wir von einer Whistleblowerin aus Großbritannien, dass es ganz systematisch passiert ist, also dass die USA und die Briten genau dieses Spiel ganz systematisch miteinander gespielt haben. also die haben jeweils die Bürger des anderen Landes überwacht und dann die Erkenntnisse rübergereicht und dann war es halt alles legal. Und wenn wir da so Organisationen haben, die eigentlich in ihrer Kernstruktur darauf ausgelegt sind, demokratische Kontrolle zu unterwandern und ich meine, anders kann man das nicht sehen, wenn man jetzt irgendwie diesen NSL-Untersuchungsausschuss sich anguckt, ja, da sitzt dann halt diese Zeuge oder die Zeugin da vom BND und alles, was die nacheinander sagt, so, ja, nee, nur nicht öffentlich, nee, nicht öffentlich, nee, können wir leider nichts zu sagen, habe ich keine Erinnerung dran, tut mir leid. So, dagegen wirkt der Helmut Kohl echt unterhaltsam, ja, so, also der irgendwie das Aussitzende nicht erinnern, erfunden hat quasi in diesem Land, insofern in dieser Dimension. Und diese, diese strukturelle, diese strukturelle Widerstand dagegen, sich von der Öffentlichkeit in die Karten gucken zu lassen, ist auch anerzogen. Es gehört tatsächlich zum Selbstverständnis, zum, ja, sozusagen Elite-Gedanken dieser Geheimdienste, dass diese doofe Öffentlichkeit da eigentlich nichts zu suchen hat. Die Frage ist, was können wir denn tun, solange, bis wir in der Lage sind, da irgendwie vor die neue BND-Zentrale zu ziehen und zu sagen, wir brauchen unsere Akten, brauchen wir Zwischenlösungen. Auf der politischen Ebene, darüber will ich jetzt erst mal zuerst reden, bevor ich zu den technischen Lösungsmöglichkeiten komme, ist klar, dass wir eine Reihe von politischen Forderungen entwickeln müssen, die weit über das hinausgehen, was wir momentan haben. Also der momentane Zustand der Geheimdienstkontrolle ist eigentlich mit nicht existent umfassend beschrieben. Da brauchen wir eigentlich noch nicht länger drüber reden, sondern wir sollten drüber reden, wie sollte sowas eigentlich aussehen? Also ausgehend davon, dass wir vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir eine politische Mehrheit in diesem Land für die Abschaffung dieser Dienste haben werden. Und eines der ersten Probleme da ist, dass die Institutionen, die dafür zuständig sind, diese Geheimdienste zu überwachen, also die parlamentarischen Kontrollkommissionen, sind dazu nicht mal technisch in der Lage. Also es sind halt irgendwie eine kleine Handvoll Leute, die von der Technik überhaupt gar keine Ahnung haben und ein Auslandsgeheimdienst mit strategischer Fernbedarf Überwachung ist eine inhärentechnische Angelegenheit. Es sind in der Regel Juristen, die halt möglicherweise in der Lage sind, die Gesetze zu interpretieren und die Verordnungen zu interpretieren und drüber nachzudenken, ob man jetzt diese Organisation oder jene Organisation überwachen darf, aber die überhaupt nicht in der Lage sind, einzuschätzen, was es bedeutet, wenn man die Packet Inspection mit irgendwie mehreren 10 Gigabit Traffic-Durchsatz irgendwo installiert und was da hinten rausfällt. Das heißt, wir brauchen also eine Organisation, die in der Lage ist, die Technik und natürlich die Juristerei dabei zu verstehen. Es gibt ein paar Ansätze, sowas zu tun. Einer der sinnvollsten Vorschläge wäre zu sagen, es gibt eine unabhängige Behörde, die also dieser Parlamentarischen Kontrollkommission, die deutlich vergrößert werden muss und da steht, in der entsprechende Experten versammelt sind, also wo es halt Juristen und Techniker gibt und zwar in hinreichender Anzahl und ich denke mal bei den Diensten, die wir so haben in Deutschland, wird es eine dreistellige Anzahl sein von Menschen, die wir da brauchen, die auch über die entsprechenden Einstufungen verfügen, also die in der Lage sind, auch top secret geheim gehalten, also streng geheim geheim gehaltene Dokumente einzusehen und die in der Lage sind, da reinzulaufen zu sagen, ich hätte gerne mal von dieser Daten machen einen Auszug und eine Begründung, warum man diese und jene Maßnahme macht und die auch in der Lage sind zu verstehen, wenn da neue Beschaffungsprojekte zum Beispiel des BND anstehen, die jetzt ja neulich gefordert haben, dass sie irgendwie in der Lage sein wollen, Social-Media-Flächendeckend zu überwachen, die auch in der Lage sind, einzuschätzen, was bedeutet das eigentlich und welche Folgerungen ergeben sich daraus und es hilft halt nichts, wenn solche Behörden halt wie der Datenschutzbeauftragte eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums sind, also da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Ein zweiter Grundsatz, den wir einführen sollten, für solche Behörden wie Geheimdienste, ist, dass alle Zugriffsbefugnisse, die die bekommen, immer der Evidenzpflicht unterliegen. Das heißt, die müssen zeigen, dass es wirklich was bringt, sodass sie tatsächlich mit dem, was sie dann neu dazubekommen, an Technik, an juristischen Möglichkeiten, auch an zum Beispiel Verträgen mit ausländischen Diensten zum Sharing von Daten, dass sie tatsächlich im Sinne ihres gesetzlichen Auftrages wirksam sind. Also, dass tatsächlich da eine nicht nur gemacht wird, weil sie irgendwie auch mal mit dem anderen Förmchen spielen wollen, sondern es tatsächlich wirklich was zu ihrem Auftrag beiträgt. Genau wie es auch bei allen anderen Sicherheitsbehörden Pflicht sein sollte, dass die zeigen müssen, wenn sie irgendwie ein neuer Abhörbefugnis, neue Einschränkungen von Freiheitsrechten haben wollen, sowohl technisch als auch juristisch, dass die tatsächlich wirksam sind. Nichts scheuen die übrigens mehr. Also nichts scheut an der Sicherheitsbehörde heutzutage mehr, als dass man sie darum bittet, mal statistisch mit so Zahlen und Wissenschaft zu belegen, dass das, was sie da tut, eigentlich wirksam ist. Weil ganz viel davon ist eben das, was Sascha Lobo so schön als Sicherheitsesoterik beschrieben hat, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt hier mal mit der Vorratsdatenspeicherung, weil die schwer Kriminalität. Und wenn man dann versucht, mit so Leuten wie dem Ex-BKA-Chef Zirke darüber zu reden, dann argumentiert der niemals mit Statistiken, niemals, kommt dem nicht in den Sinn. Wäre er schön doof, der argumentiert immer nur mit Einzelfällen. Und das machen die alle, durch die Bank. Was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass viele von diesen Maßnahmen, die uns da verkauft werden, halt irgendwie als gegen den Terrorismus oder was auch immer, entweder überhaupt nicht wirksam sind oder für ganz andere Zwecke benutzt werden. Ich hatte da mal die Gelegenheit, den Ex-NSA-Chef Kies Alexander dazu zu befragen. Also ich war auf einer Veranstaltung, ihn danach mal gefragt, so wie ist denn das eigentlich diese Heuhaufen-Ideologie, die ihr da habt, also dieses Aufbauen von immer mehr Daten, um dann darin Sachen zu finden. So die terroristische Nadel im großen Heuhaufen. Funktioniert der nicht? Und dann war das so, naja, schwierig so, also richtig so quantifizieren, naja, schwierig kann man nicht so, es geht mehr so darum, so dieses, den allgemeinen Hintergrund sozusagen und das Anreichern von einzelnen Vorgängen und so, also auf Deutsch, nee, funktioniert nicht. Es ist nicht so, dass das, was sie da behaupten, irgendeine Art von Zusammenhang mit der Realität hätte, Sondern es ist so, dass es in der Regel halt völlig anderen Zwecken dient. Noch eine Idee, die die Juristen da immer wieder bringen, ist zu sagen, okay, wenn man solche Sachen ausprobiert, also sagt, dieser Geheimdienst oder die Sicherheitsbehörde kriegt jetzt irgendwie mal diese Befugnis, weil sie so lange gejammert hat und irgendwie alle anderen haben auch schon ihr neues Förmchen bekommen, dann kann man die Sachen auch befristen. Dann kann man sagen, pass auf, okay, wir probieren es jetzt mal drei Jahre aus und danach müsst ihr wiederkommen und öffentlich belegen, dass es was gebracht hat. Und zwar so, dass die Wissenschaft sagt, ja, okay, wird wohl stimmen. Sonst ist es förmlichen wieder weg. Und diese, also diese Art von Gesetzgebung ist umstritten. Also es ist nicht so, dass alle Juristen der Meinung sind, dass es eine gute Idee wäre, weil man traditionell halt solche Experimente mit Gesetzen halt immer so ein bisschen kritisch sieht, so aus rechtsdogmatischen Gründen. Ich halte die aber tatsächlich für eine gute Idee, es sich jetzt mal auszuprobieren. Also einfach mal zu sagen, so pass auf, wir wissen nicht, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen solche Befugnisse haben, genauso wenig, wie wir heutzutage wissen können, welche Nebenwirkungen Technologien haben werden. Die probieren wir ja auch einfach aus. Und wenn sie halt irgendwie doof sind, also wir merken, dass Google Glass zum Beispiel halt irgendwie echt nicht so die brillante Idee war, sondern lassen wir sie halt wieder. Und so funktioniert unsere Gesellschaft nun mal heutzutage. Und ich denke, ähnliche Dinge müssen wir halt auch in diesem Bereich tun. Ja, noch so ein interessantes Problem. Da kommen wir jetzt langsam so Richtung Technik wieder. Wie wir heute schon mehrfach gehört haben, ist der Zustand der IT-Security und der Software allgemein so, dass wir konstatieren müssen, es wird gerade nicht wirklich viel besser. An so ein paar Stellen, wo Menschen motiviert sind, jetzt mal hinzugucken, also nehmen wir mal als Beispiel OpenSSL, hat man eher so das Gefühl, es wird, also besser ist vielleicht der falsche Ausdruck. ist halt mehr so, man hat da irgendwie so eine alte Holzkiste aufgemacht, die man irgendwo auf dem Dachboden gefunden hat und dann krabbelte da so die erste Generation immer drauf, dann hat man da mal draufgehauen und dann krabbelte die nächste Generation drauf und irgendwie ist nicht so richtig klar, dass da irgendwann mal Schluss ist. So, wir haben jetzt jeden Monat haben wir neue OpenSSL-Patches und es wird auch nicht irgendwie besser so, also es ist nicht so, dass wir jetzt seit irgendwie Hardbleed sagen können, dass jetzt also die Schwere dieser Bugs jetzt irgendwie drastisch abnimmt und eine Möglichkeit auf der kommerziellen Ebene, also bei kommerzieller Software und kommerziellen Diensten, ups, kommen wir später zu, die Qualität zu verbessern, wäre Haftung. Und zwar Haftung dafür, wie man Dienste betreibt, wie man Software schreibt und die auch beinhaltet, dass, wenn Daten an Dienste abfließen, es ein Haftungsfall ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo man sagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr nur diesen abstrakten Fall von, da sind mal so ein paar Kreditkarten-Nummern weggekommen und du kriegst halt irgendwie 35 Dollar und irgendwie einen Kreditkarten- Überwachungs-Service irgendwie für ein Jahr spendiert, so, wenn die Daten weggekommen sind, der hilft ja niemandem. Das heißt ja, keine besondere Motivation für so eine Firma, irgendwie mal auf ihre Software zu achten und irgendwie wenigstens keine dummen Fehler zu machen. In dem Augenblick, wo man sagt, okay, wegkommen an einen ausländischen Geheimdienst, einen indischen Geheimdienst, ist ein Schadensfall und dieser Schadensfall ist zu beziffern und der hat irgendwie einen materiellen Wert und den musst du versichern. In dem Augenblick ändert sich das Spiel. In dem Augenblick sind auch Unternehmen gezwungen, darüber nachzudenken, was machen sie da eigentlich? Und vor allen Dingen, wollen sie diese Daten, die da rumliegen, eigentlich überhaupt noch haben? Weil alle Daten, die da rumliegen, sind ja potenzielle Schadensfälle. Und je mehr Daten man rumliegen hat, desto höher ist die Versicherungsprämie. Diese Art von ökonomischen Inzentivierungen reinzubekommen per Regulierung in den Markt, denke ich, könnte was bewegen. Da gibt es allerhand Seiten Probleme. Will ich jetzt gerade nicht darauf eingehen, aber natürlich ist es so, dass man dann natürlich für so eine Haftpflichtversicherung Ausnahmeregelungen schaffen muss und Töpfe schaffen muss, um kleine Unternehmen nicht aus dem Markt zu preisen und Open-Source-Unternehmen nicht zu benachteiligen und so weiter und so fort. Das sind aber Details, die man dann regeln kann, wenn man sich mal auf den Grundsatz geeinigt hat. Kommen wir zu den technischen Fragen. Können wir Massenüberwachung innerhalb der nächsten Jahre unterbinden? So jetzt mal so fünf Jahre, mal so als Zeithorizont. Und ich denke, ja, wir sind technisch durchaus in der Lage, die Infrastruktur, die wir heute haben, so abzusichern, dass sie zumindest gegen die massenweise Überwachung, von der wir jetzt wissen, gesichert ist. Wir haben drei wesentliche Komponenten dabei. Das eine sind die Metadaten, also wer kommuniziert wann, von wo aus, über welche Medien, mit wem. Das zweite sind die Daten, die irgendwo gespeichert sind, das heißt, die in den Servern liegen, die bei Facebook liegen, die bei Google liegen und so weiter und so fort, die massenweise abgegriffen werden können. Und das dritte sind die Daten, die auf dem Transportweg sind, also die Inhaltsdaten. Und für jede dieser Problemfälle haben wir eigentlich im Prinzip technische Lösungen. Einige sind ein bisschen komplexer, andere sind nicht so komplex. Der einfachste Weg ist zumindest erstmal alle Transportleitungen abzusichern mit mehreren Lagen Verschlüsselung. Wenn man die Verschlüsselung genügend tief staffelt, kriegt man auch den größeren Teil der Metadaten so weit weg, dass sie nicht nicht mehr ohne weiteres abzugreifen sind, nehmen wir mal an, wenn man würde, statt über Schengen-Routing zu diskutieren, einfach mal darüber diskutieren, wenn du da eine Glasfaser hast, da darf kein unverschlüsselter Verkehr drauf sein, dann würde es die Massenüberwachung schon mal dramatisch schwieriger machen. Das heißt nicht unmöglich, natürlich nicht. Es würde immer noch heißen, dass wenn du die Router hackst und da irgendwie die Keys draus extrahiert oder wenn du halt irgendwie Backdoors hast oder wenn du Leute hast in dem Unternehmen, die mit dir kooperieren und so weiter, würdest du immer noch was, der Weg Verschlüsselung anzuwenden muss sein, mit dem Ziel gegen Massenüberwachung, wichtiger Punkt, erstmal gegen die Massenüberwachung, muss sein, die teuer zu machen, weil, wie wir vorhin gelernt haben, ist die Effizienz dieser Massenüberwachung nicht besonders hoch. Das heißt, wenn wir die Kombination haben von Evidenzverpflichtung, das heißt, zeig mal, dass das was bringt und auf der anderen Seite wird es schwer und teuer, können wir Massenüberwachung auch auf der politischen Ebene loswerden. Und ich denke, das ist ein Ziel, was wir uns tatsächlich für die nächsten Jahre stellen sollten, weil es ist erreichbar, wir haben die technischen Mittel dazu und es ist so, dass eigentlich niemand auf der politischen Ebene was dagegen sagen kann. Es ist also jetzt nicht so, dass da schwerwiegende Argumente gegen gäbe. Viel schwieriger ist es leider tatsächlich bei Infiltrationen, individueller Überwachung einbrechenden Software. Wir sind da, wie schon erwähnt, an einem ziemlich doofen Punkt in der Informatikgeschichte. Wir haben unser ganzes Internetuniversum gebaut auf Programmiersprachen, die eigentlich nicht so richtig mit Sicherheit im Kopf entwickelt wurden. Unsere Betriebssysteme sind darauf eigentlich nicht ausgelegt, unsere Kommunikationsprotokolle haben mit Sicherheit eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist eigentlich im Wesentlichen hinterher irgendwie herangedengelt. Und die technischen Herausforderungen, es richtig zu machen, sind auch nicht klein. Unter anderem deswegen, weil natürlich der einfache Weg, ein sicheres System zu machen, ist halt ein komplett geschlossenes System zu bauen. Also das passiert dann, da passiert dann sowas wie halt eine komplette Secure Bootchain zu bauen, wo man halt irgendwie von Anfang an nur ein Betriebssystem booten kann, was irgendwie aus Redmond kommt und irgendwie die entsprechende Verschlüsselung hat und nur Applikationen fahren kann, die halt irgendwie durchsigniert sind und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht die Art sicherer Systeme, die wir wollen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns einreden lassen, dass der einzige Weg, sichere Systeme zu bauen wäre, dass wir dieser Ideologie folgen, diesen komplett zugenagerten geschlossenen Systemen, wo wir einer Firma vertrauen müssen. Dann geht ja gerade der Weg im Markt, dass wir den entweder uns im Apple-Universum oder irgendwie im Microsoft-Universum bewegen, was irgendwie unsere Desktops angeht oder im Google-Universum, wenn wir irgendwie dann noch Tablets und Telefone dazunehmen. Und jede dieser Firmen hat natürlich ein großes Interesse daran, uns möglichst in ihrem Universum zu halten und sei es eben dadurch, dass sie halt ihre Systeme zunageln und sagt, pass auf, so wie Apple es gerade tut, ja, ist halt doof, ist halt leider so ein bisschen zugenagelt, du kannst halt die Applikationen nur von uns kriegen, aber hey, dafür ist es sicher. Und auf der technischen Ebene bestimmt es ja sogar ein Stück weit. Also es ist ja schon so, dass diese Maßnahmen bringen ja tatsächlich was, nur führen sie halt dazu, dass das Vertrauensproblem kondensiert wird. Das heißt, es führt dann dazu, dass die Mechanismen, Systeme zuzunageln und komplett alles durchzuziehen, was irgendwie Signaturchains angeht und so weiter und so fort, führt dazu, dass wir als Kunde dann noch drei Möglichkeiten zur Auswahl haben, welcher Firma wir jetzt eigentlich vertrauen wollen. Das kann es nicht sein. Das heißt, was wir brauchen auf der technischen Ebene ist eine Strategie, auch eine technische Strategie und eine ökonomische Strategie, wie wir Systeme entwickeln können, die sicher sind, aber uns die Freiheit der Entscheidung lassen und nebenbei auch noch bedienbar sind, was nicht so einfach ist, wenn wir uns mal aktuell Linus-Desktops angucken. Die Frage, wie kommen wir da hin, ist keine einfache, aber ich denke, es ist tatsächlich eine Aufgabe durchaus der Allgemeinheit und damit durchaus des Staates, die Mittel dafür zu bereitzustellen. Der Staat selber, weder die EU noch Deutschland, sollte beim Schaffen dieser Systeme involviert sein. Wie Andi vorhin richtig sagte, ist das große Problem, dass das Interesse des Staates immer von den Interessen der Sicherheitsbehörden geprägt ist. Das heißt, es ist in dem Augenblick, wo der Staat anfängt, irgendwie IT-Infrastruktur zu bauen, sind da Backdoors drin. Die werden dann halt irgendwie verbrämt. Also nehmen wir mal zum Beispiel die E-Mail, ist sozusagen ein klassisches Bilderbuchbeispiel. Haben sie gesagt, wir machen jetzt mal sichere E-Mail und dann in der Mitte ist dann wegen der Sicherheit gegen die bösen Viren ist dann halt leider unverschlüsselt. Und zum Glück hat sich die Öffentlichkeit dann nicht besonders einfach veralbern lassen. Das heißt, das System wird dann wohl nicht mehr allzu lange unter uns sein. Aber es zeigt sehr deutlich, wenn der Staat anfängt, solche Dinge zu bauen, können wir dann nicht viel erwarten. Das heißt, wir brauchen andere Mechanismen. Und die müssen wir auf der politischen Ebene entwickeln. Und ob es jetzt eine Stiftung ist oder ein Institut oder ein Fördersystem oder was auch immer oder vielleicht mein Favorit, eine Neuerfindung des Systems öffentlich-rechtlich, also im Sinne von Institutionen, die keine Firmen sind und die nicht der Staat sind. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Wir müssen Institutionen schaffen, die in der Lage sind, solche Systeme zu spezifizieren, zu entwickeln und zu auditen. Interessanterweise gibt es in der Politik für so eine Idee denen gerade eine Menge Gehör. Wenn man da hingeht und sagt, wir müssen jetzt mal die Geheimdienste abschaffen, dann klappen da so ein bisschen die Ohren runter und sie möchten nicht mehr so gerne mit einem reden, weil sie wissen zwar schon, dass man recht hat, aber ist halt gerade inopportun. Und man sagt, okay, wir brauchen jetzt aber mal, keine Ahnung, 150 Millionen Euro im Jahr dafür, dass wir mal sichere Software entwickeln, damit wir in 10, 15 Jahren, so lange wird es dauern, sowas wie vertrauenswürdige informationstechnische Systeme haben, damit kann man kommen. Also das ist tatsächlich ein politisch gerade möglicher Plan. Und ich denke, das müssen wir auch tun. Also wir müssen es auch schaffen, aus diesen üblichen EU-Fördersümpfen herauszukommen und eine Methodik entwickeln, wie man mehr im Stile dessen, wie die Open-Source-Gemeinschaft Software entwickelt zu sicheres Software kommt. Wobei man da sagen muss, da müssen wir uns ganz schön auf den Hosenboden setzen, weil die Art und Weise, wie da Software entwickelt wird und was da hinten rauskommt, haben wir leider gesehen bei Open-SSL. Da ist irgendwie einiges verbesserungsbedürftig, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. und wir müssen auch systematisch darangehen, die Erkenntnisse, die in der Akademie ja da sind, also in den Universitäten, in den Instituten, darüber, wie man sichere Software schreibt, also auch wie man Beweise führt in Software, wie man Programmiersprachen entwickelt, die es verhindern oder es sehr schwer machen, sich in den Fuß zu schießen, wie man Kommunikationsprotokolle so designt, auch dass sie nicht am Ende sowas wie Weird Machines sind, in denen man dann halt irgendwie Turing-Complete-Spielchen spielen kann. Diese Erkenntnisse müssen umgesetzt werden. Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwie C und programmieren darin sichere Software weiter, das wird halt leider nicht zum Ziel führen, sondern wir müssen schon uns angucken, wie hat sich die Welt in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt und welche Methoden können wir da anwenden, um, wie gesagt, ich denke, das ist ein langfristiger Plan, 10, 15 Jahre, um zu sowas ähnlichem wie Informationssouveränität zurückzukommen. Ein wichtiger Punkt, heute auch schon mehrfach erwähnt, ist tatsächlich Verschlüsselungsstandards. Wir haben die Situation momentan, dass wir keine nicht amerikanischen weltweiten Verschlüsselungsstandards haben, also die Standards, die halt irgendwie weltweit im Umlauf sind für alles Mögliche, für Hash, für BlockCypher, für Zufallsgeneratoren, für asymmetrische Algorithmen, sind eigentlich alle von der NIST spezifiziert. Ich würde bei keinem von denen jetzt sagen, irgendwie warm-fasig Feeling, nachdem was wir gelernt haben, wie die Manipulationsmechanismen für diese Algorithmen funktioniert haben, anhand der Beispiele, die bekannt geworden sind. Das heißt, wir brauchen auch einen weltweiten oder zumindest zur Not wenigstens erstmal europäischen Weg, um mit offenen Wettbewerben, ohne Einfluss der Geheimdienste, ohne Einspruchsrechte der Geheimdienste, Verschlüsselungsstandards zu spezifizieren. Ich habe da leider so gewisse Zweifel, dass es passiert, wenn ich mir so die Zusammensetzung der aktuellen EU-Kommission angucke. Vielleicht haben wir aber Glück, keine Ahnung, wenn wir es laut genug fordern, ist aber auf jeden Fall ein Feld, wo wir dringend handeln müssen. Also wo wir dringend auch Methoden brauchen, um solche Wettbewerbe durchzuführen, Institutionen brauchen, die solche Wettbewerbe durchführen und die dafür sorgen, dass diese Standards halt eben nicht kompromittiert sind. Auf der politischen Ebene ist es leider so, dass ich fürchte, wenn wir nicht noch mehr Informationen darüber bekommen, von neuen Whistleblowern zum Beispiel, was mit den Daten passiert, die abgehört werden, wird es sehr schwer. eine größere Mobilisierung zu entwickeln für dieses Problem der weltweiten Überwachung. Wie wir gesehen haben an dem Fall des Telefons von Angela Merkel, funktioniert politische Mobilisierung am besten durch persönliche Betroffenheit. In dem Umblick, wo es ihr Telefon war, war der NSA-Skandal plötzlich dann doch nicht mehr zu Ende, wie es Herr Pofferler verkündet hatte. Und genau diesen Effekt brauchen wir tatsächlich, um, denke ich mal, eine größere politische Mobilisierung zustande zu bekommen, kurzfristig. Ist schwer zu beeinflussen, hängt sehr davon ab, was bekannt wird und welche Erkenntnisse wir darüber gewinnen können, welche, ja, was mit den Daten von uns, von uns allen passiert und auch ein Gefühl dafür zu wecken, dass es eben nicht egal ist und dass man als Einzelner möglicherweise vielleicht zwar was zu verbergen hat, aber es keinen interessiert. Insofern denke ich, dass wir auf der technischen Ebene Druck machen müssen, hinmachen müssen, uns überlegen müssen, wie können wir es richtig machen, auch strukturell richtig machen und auf der politischen Ebene brauchen wir, glaube ich, viel Geduld. Damit bin ich am Ende und freue mich auf eure Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich die eine Ebene der Bildung, hast du irgendwie rausgelassen. Ja, das ist vollkommen recht, die Folie war da eigentlich noch. Das Problem ist natürlich, man braucht natürlich Leute, die es tun und wo wir hier gerade in der Uni stehen, dachte ich, wäre es vielleicht selbstverständlich, aber nein, du hast natürlich vollkommen recht. Die Frage, wo sollen die Leute herkommen, die in der Lage sind, das zu tun, lässt sich halt leider nur an den Universitäten beantworten. Ihr kennt wahrscheinlich irgendwie alle ihr Curriculum besser als ich. Ich weiß nicht, wie viel Code-Auditing und sichere Programmieren Wochenstunden ihr da so habt, wahrscheinlich keine. Das sollte man vielleicht auch mal dringlich ändern, wo ich da durchaus auch Möglichkeiten sehe, das zu tun. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass solche Prozesse immer ein bisschen Zeit kosten, also es ändert sich ja nicht so schnell was in solchen Unis oder auch an den Schulen oder in Fachhochschulen. Und deswegen ist die Frage, ob man da möglicherweise auch was in Eigeninitiative tun kann. Also ob es möglicherweise eben auch von den Professoren selber solche Initiativen geben kann, und ob es halt Möglichkeiten gibt, dass die Steuernschaft sowas einfordert, dass also Möglichkeiten, sich da zu konzentrieren und halt irgendwie neue Schwerpunkte zu schaffen irgendwie genutzt werden. Dann fragen wir doch mal einen Professor. Du hast gesagt, wir brauchen neue öffentliche Kryptostandards, dass die auf eine bessere Weise zustande gekommen sind. Mein Eindruck in der Diskussion der letzten Monate war, dass wir eher zu viele Standards haben als zu wenig. Also siehe SSL V3 so eine Problematik. Oder bei OpenSSL, dass das eine System überkomplex ist. Sollte die Antwort nicht eher lauten, lass uns ausfiltern und das Beste von dem pflegen und perfektionieren, was wir haben und vor allem abspecken, damit man durchblickt? Also die, das perfide darin ist ja, dass Krypto-Algorithmen beziehungsweise kryptografische Systeme, Algorithmen in dem Fall nicht, sondern kryptografische Systeme überkomplex zu machen und dafür zu sorgen, dass sie zum einen sehr schwer vollständig zu implementieren sind und zum anderen extrem viele Varianten haben, von denen dann etliche unsicher sind, ist ja einer der Bestandteile der Manipulation. Also wenn man sich anguckt, wie IPsec verhunzt wurde, muss man sagen, also wo wir mittlerweile doch relativ gute Anzeichen dafür haben, dass in IPsec, also in der Spezifikation von IPsec absichtlich Komplexität eingebaut wurde, die es quasi unmöglich macht, es richtig zu implementieren, außer man ist wirklich gut, weist darauf hin, dass wir natürlich eines der Designkriterien für neue Kryptosysteme muss eben sein, dass sie super simpel sind und zwar auch super simpel zu benutzen. Das heißt, wir brauchen halt mehr von sowas, was DJ Bernstein zum Beispiel macht, also halt Kryptolibraries, die man auch benutzen kann als Programmierer, selbst wenn man nicht so viel Ahnung davon hat von Krypto, ohne dass man sich dabei in den Fuß schießt. Und genau diese Einfachheit der Verwendung von Krypto für den Endnutzer fängt natürlich dabei an, dass der Programmierer sie einfach verwenden kann. Also wenn der Programmierer eine Möglichkeit hat, Krypto so einzubauen, dass er möglichst wenig falsch machen kann, dann ist er auch viel einfacher in der Lage, für den Endnutzer ein System zu designen, was halt irgendwie nicht so schwer zu bedienen ist. Insofern, ja, eines der Designkriterien für neue Systeme muss eben sein, dass sie simpel sind. Also wir einen Algorithmus haben, in Zweifel maximal zwei für jeden Anwendungszweck und nicht halt irgendwie diesen Zoo, den wir jetzt zum Beispiel bei OpenSSL haben. Und ja, wir können natürlich interimsweise damit anfangen, dass wir erst mal Sachen rausschmeißen, dass wir zum Beispiel SSL halt mal mit der Machete entkernen und halt irgendwie sagen, wir brauchen eigentlich da nicht irgendwie fünf oder sechs verschiedene Sci-Fi-Suits, da reichen eigentlich auch zwei. Aber das ist, glaube ich, ein Zwischenschritt, aus meiner Sicht zumindest. Ja, ich bin dankbar dafür, dass wir die CIA und den BND abschaffen wollen. Das wollten wir am gleichen Ort schon Ende der 60er Jahre. In der Zwischenzeit habe ich eine andere Lösung, die vielleicht unkonventionell ist, uns aber ein bisschen weiterhilft. Nämlich, dass wir massenhaft auf diese ganze überflüssige Bequemlichkeitsscheiße verzichten und uns aus diesem Konsumverhalten verabschieden und damit ein bisschen mehr dazu beitragen, dass wir nicht so schnell und so einfach in jeder Situation trackbar sind. Ich selbst habe kein Mobiltelefon und mir geht es bestens. Ich vermisse es nicht. Ja, also auch hier wieder der Appell, die Verantwortung bei uns als Techniker und als Verbraucher zu suchen. Jetzt, hier weiß ich nicht, waren zwei Meldungen. Ladies first. Wer? Ist ja nett, Frank. Aber, also ich als Hochschullehrerin habe letzten Winter Köptografie angeboten an der Hochschule und ich dachte, ich werde überrannt und muss eine zweite die Übungsgruppe anbeten. Das waren sieben Leute, die sich eingeschrieben haben für den Kurs, weil das hat so viel mit Mathe zu tun. Ich bin etwas, also sehr traurig eigentlich, ich kriege nicht mal meine Kollegen alle dazu, dass sie PGP-Schlüssel wenigstens erzeugen. Ich bin ein bisschen hoffnungslos, die Leute dazu zu kriegen, weil sie eben in dieser Bequemlichkeit mit drin sind. Es ist doch schön und es ist so viel extra Arbeit und so diesen Ausreden. Ich habe selber keine Ideen, welche über diesen Bequemlichkeit hinweg kommen. Aber vielleicht ist eine Idee nicht, dass wir fordern, dass die Politiker unbedingt IT-kündige Leute als Ratgeber haben sollen, sondern dass, okay, die Piraten-Versuche ist ja gescheitert, aber dass man mehr in die Politik hineingeht. Ich weiß, dass es sie geht und so, aber da mussten eigentlich mehr Informatiker und Informatikerinnen im Parlament sein und nicht so viele Juristen. Also im Prinzip hast du natürlich recht. Es ist eigentlich natürlich so, dass das derzeitige politische System jetzt nicht unbedingt dazu angetan ist, einem das Leben zu verschönern, wenn man da hingeht. Also ich bin ja da öfter und in den meisten Fällen fordert das schon so eine gewisse Überwindung. Also das ist halt so, allein deren soziale Riten da zu erdulden. Ich denke, im Prinzip wird es von selber passieren, einfach deswegen, weil Technik wesentlich wichtiger wird und dementsprechend auch technische Berufe eine größere Prävalenz in der Politik interessierten Gesellschaft haben werden und daraus folgt dann halt, dass sie am Ende vielleicht möglicherweise auch im Parlament landen werden mit einer entsprechenden Verzögerung. Ob das am Ende hilft, wage ich zu bezweifeln, weil wir immer mehr sehen, dass das Problem nicht ist, dass sie nicht verstehen. Und das Problem ist, dass insbesondere jetzt bei Themen so Internet- und Digitalthemen ist eigentlich so seit zwei Jahren so der Effekt nicht mehr, dass man denen das unbedingt erklären muss. Also bei jetzt Überwachungstechnologie und so muss man schon noch viel erklären. Aber ich sage mal so bei allgemeiner digitalen Netzpolitik, also wo es halt so um Urheberrecht geht oder um Netzneutralität oder so Sachen, das haben die ganz genau verstanden. Die haben nur eine andere Meinung. die sind halt einfach, die haben halt einfach nur vollständig andere Ansichten über die Interessen, die sie vertreten sollen. Und also insbesondere die Regierungsparteien. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass allein mehr Wissen da hilft, sondern da sind auch noch andere Dinge erforderlich, nämlich tatsächlich, dass diese Digitalpolitik oder wie auch immer man es nennen möchte, auch zu einem politisch wesentlich wichtigeren Thema wird in dem Sinne, dass man darüber diskutiert. Also dass es halt tatsächlich eben nicht angenommen wird, ja, der Politiker hat es verstanden irgendwie von der Partei, also kann der das da einfach mal umsetzen, was irgendwie so die halbgare politische Ansicht seiner Partei jetzt dazu ist, sondern dass halt eben doch Alternativen debattiert werden. Und insofern weiß ich nicht genau, ob mehr Politiker wie mit technischem Verständnis alleine das Problem lösen wir ich glaube eher nicht. Was du sagtest irgendwie, zu dir kam keiner in den Kryptokurs. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Davon habe ich auch nicht geredet, sondern ich meinte tatsächlich, dass es darum geht, dass wir sichere Programmiertechniken lehren. Also weil Kryptografie ist tatsächlich was, wo ganz ehrlich es besser ist, wenn Leute, die es wirklich verstehen, Libraries schreiben, die einfach zu benutzen sind und man dann Leuten beibringt, wie sie mit diesen Libraries sicher programmieren können und die Kryptografie da drin so gekapselt ist, dass sie da keinen Unsinn bauen können, weil man kann in Krypto so viele Sachen falsch machen, dass ich jetzt nicht sagen würde, jeder Informatikstudent sollte in der Lage sein, irgendwie RSA irgendwie nach Spezifikation runter zu programmieren. Das wird halt einfach nicht passieren. Aber die Frage halt eben, wie kriegt man eben sichere Programmiertechniken und auch einfach sichere Programmiersprachen ins Curriculum rein ist, glaube ich, einfacher. Weil es ist nur eine einfache andere Anwendung von den Methoden, die ohnehin schon da sind. Vielleicht bin ich da blauäufig, korrigiere mich. Ja, also ich möchte noch mal, da ich ja der Berufsgruppe der Juristen angehöre und das sind 22 Prozent im Bundestag, da auch keine Legenden entstehen, also das ist schon beträchtlich. Ich würde mir mehr Informatiker wünschen, also nicht 22 Prozent, aber doch mehr, weil in diesem Bereich, ich habe das vorhin in meinem Vortrag schon gesagt, das Zusammenwirken von Juristen und Informatikern mindestens hilfreich ist. Und ich habe ja heute schon was zu Utopien gesagt, ich glaube, der Vorschlag da eben kam, dass man darauf verzichtet, dieses Medium zu nutzen, das ist eine wirkliche Utopie. Ich kann allerdings bestätigen, meine Ehefrau gehört auch zu diesen Exemplaren, die das halten und der geht es auch gut. Also es ist nicht zwingend so, dass man dadurch, sagen wir mal, Verluste erleidet, aber es ist aus meiner Sicht völlig illusioniert zu glauben, dass man über diese Methode etwas ändern könnte. Aber ich möchte doch... Gut, mach sein. Also ich würde es begrüßen, mich würde es nicht stören, ich habe vorher gut gelebt, gehöre ja im gewissen Lebensalter an, wo es ja etwas noch nicht gab und finde mich in der Tat, also auch, wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, durchaus in guter Gesellschaft und könnte mir vorstellen, darauf wieder zu verzichten. Aber das nur am Rande. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen, wo wir jetzt wahrscheinlich ihn streiten können, obwohl ich mit Ihnen streiten würde. gebe es deswegen nur zu bedenken, Herr Rieger. Das eine ist, Sie sagen schlank und frei, Geheimdienste sind nicht kontrollierbar. Da sage ich Ihnen, solange man nicht die richtigen Mittel angewandt hat, zumindest theoretisch, kann man das nicht sagen. Wenn Sie ein Auto konstruieren, bei dem feststeht, dass es nicht funktioniert, weil einfach die technischen Voraussetzungen nicht stimmen und Sie sagen, das habe ich hundertmal ausprobiert, aber das funktioniert nicht. Allein aus dem Erfund, dass etwas nicht funktioniert, da stimme ich Ihnen völlig zu, kann ich Ihnen die Schlussfolgerung nicht, dass es Mittel und Wege gibt, damit es funktioniert. Trotz des Umstandes, und da teile ich Ihre Analyse, dass Sie tendenziell darauf ausgerichtet sind, alles zu tun, es zu verhindern, weil es eben existenzvernichtend ist. Das ist richtig. Aber es bedeutet nicht, dass dann, und ich bin ja jemand, der in diesem Gremium gewesen ist, und ich habe das ja vorhin im Rahmen meines Vortrags versucht deutlich zu machen, es gibt nach meinem Dafürhalten Wege, Sie haben ja auch einen Weg beschrieben, zumindest für die parlamentarische Kontrolle, den ich auch für richtig halte, das könnte man mit all den Vorschlägen, die ich habe, kombinieren. Und solange das nicht ausprobiert worden ist, also ich nicht empirisch nachgewiesen habe, dass es nicht funktioniert, solange da bin ich eben Optimist, glaube ich nicht und halte es auch für verfehlt, zu meinen, darauf verzichten zu wollen. Damit ist aber noch die Frage nicht entschieden, ob wir überhaupt Geheimdienste brauchen. Das ist ja die nächste Frage. Und da möchte ich darauf hinweisen, jetzt als Jurist, wir haben ja eine Verfassung und die Verfassung gilt. Nun ist es so, das wissen vielleicht viele nicht, es gibt in der Verfassung keine einzige Vorschrift, wo per se drinsteht, von Verfassungswegen sind Nachrichtendienste geboten. Steht nicht drin. Es gibt zwei Vorschriften, die überhaupt so etwas in Erwähnung bringen, die befassen sich nur damit, kann man eine Bundesbehörde einrichten, die sich mit so etwas beschäftigt. Da sagt man ja, das kann man, zumindest was den Verfassungsschutz anbetrifft. Und es gibt eine Norm, so auch, aber es sind alles, wenn man so will, Organisationsnormen, die sagt, dafür hat auch der Bund die ausschließliche Zuständigkeit. Natürlich sind Juristen, die dem BND oder den Sicherheitsdiensten nahestehen und den Verfassungsschutz der Meinung, damit ist praktisch, materiell auch vom Verfassungswegen der Verfassungsschutz zumindest mit Verfassungsrang ausgestattet. Ich will das nicht weiter kommentieren und erörtern, aber das Bundesverfassungsgericht hat in dem Kontext mehrfach entschieden, dass die Aufgabe, die Verfassung zu schützen und zwar vor ihrer Beseitigung im Sinne einer wehrhaften Verfassung eine Aufgabe ist, die Verfassungsrang hat. Es hat damit nicht entschieden, dass es die Behörde macht, die es zurzeit macht. Es hat aber die Aufgabe als solch im Verfassungsrang versehen und ich würde sogar sagen, ich habe das vorhin ihr schon angedeutet, dass diese Aufgabe sogar unter Artikel 79 Absatz 3 führt. Das heißt, solange 79 Absatz 3 ist die Norm, die bestimmte Grundsätze unserer Verfassung für nicht abänderbar erklärt und zwar durch das Parlament und da sagt der Jurist, der ja auch gewisse logische Schlüsse gelegentlich vornimmt, den sogenannten Erstrechtsschluss. Wenn also die Verfassung nicht mal durch das Parlament auf friedliche Weise beseitigt werden kann, dann muss dieser Schutz erst recht gelten für diese Grundsätze, wenn er auf gewaltsame Weise beseitigt werden muss. Also zumindest dieser Bereich, gewaltsame Beseitigung unserer Verfassung, der ja im Regelfall nicht wie bei wieder mal ein Brandstifter offen erfolgt, sondern Klandestin, da ist eigentlich im Grunde genommen dieser Schutz und damit welche Behörde auch immer in der Lage von Verfassungswegen verpflichtet, diesen Schutz vorzunehmen. Das heißt, selbst wenn wir uns alle einig wären, jetzt politisch, was ich für eine Utopie halte, Sie haben das ja auch rund auf Ihre Einschätzung beschrieben, wenn Sie in der Politik mit so einer Forderung ankommen, ich bin ja mal Mitglied der Linksfraktion gewesen, die haben auch so eine Forderung, da habe ich die zumindest auf diesen Sachverhalt hingewiesen, habe gesagt, Leute, ich finde das ja vielleicht in Ordnung, aber ihr müsst euch ja überlegen, wie wollt ihr das Grundgesetz abschaffen, ihr müsstet nach meiner Auffassung das Grundgesetz erst abschaffen, eine neue Verfassung machen, da könnt ihr so etwas regeln. Also ich wollte Sie bitten, diese Überlegung in Ihre Überlegung mit einzubeziehen, wenn Sie zukünftig sagen wir mal, einmal sagen, wir müssen die abschaffen und zweitens, sie sind nicht kontrollierbar. Ich glaube, das erfordert doch nochmal ein gewisses Maß an zumindest Diskussionsbereitschaft auf Ihrer Seite, um sich zu überlegen, ob das wirklich so schlank und frei in die Welt formuliert werden sollte. Na sagen wir mal so, also ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass wir ohne Geheimdienste auskommen können und das vertrete ich auch politisch und das kann ich auch argumentieren. Ich bin hinreichend Realist, um zu sehen, dass es keine mehrheitsfähige Meinung ist und überlege mir deswegen halt irgendwie, was irgendwie sozusagen Kompromissvorschläge wären. zu Ihrer Autoanalogie, wenn man, also vermeiden Sie einfach Autoanalogien, weil da kann man beliebige Gegenanalogien konstruieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, naja, vielleicht stellen wir fest, dass es ein physikalisches Grundgesetz gibt, das es unmöglich macht, dass ein Auto mehr als dreifache Schallgeschwindigkeit fahren kann und insofern ist es vielleicht genauso ähnlich, wie Sie irgendwie sagen, okay, man kann Geheimdienste kontrollieren. Ich bin der Meinung, dass es einfach eine Frage von Incentives ist und wenn Geheimdienste Incentives haben, nicht kontrollierbar zu sein und das haben Sie qua Ihrer behördlichen DNA in Deutschland nun mal, dann ist es halt sehr schwierig. Also ich meine, wir haben halt in Deutschland eine Geschichte der Geheimdienste, die ja eigentlich eine Abfolge von Beweisen dafür ist, dass sie halt nicht kontrolliert werden wollen und dass sie nicht kontrollierbar sind, sondern im Gegenteil, dass sie an einigen Stellen sogar die Regierung kontrollieren und die Regierung in der Hand haben und dass sich innerhalb dieser Strukturen, also dieser Geheimdienststrukturen gebildet haben, die halt nun gar nichts mehr mit dem Grundgesetz zu tun haben, sondern halt irgendwie ihre eigenen Dinge tun. Also wenn Sie nur kurz mal auf die NSU-Skandale gucken und was da passiert ist und wir da offensichtlich zugucken mussten, wie irgendwie unsere Staatsschutzorgane ja quasi Helfershelfer von Nazi-Mördern waren, anders kann ich es nicht mehr formulieren, wenn ich die Berichte irgendwie gründlich lese, dann würde ich sagen, so Ihre Ansicht, dass Geheimdienste vielleicht möglicherweise systemisch kontrollierbar sind in allen Ehren. Ich habe bisher nur noch kein Beispiel gesehen, weltweit nicht, also kein einziges Land auf dieser Welt, selbst Dänemark mit einer relativ vorbildlichen Geheimdienstkontrolle, die ja so ein ähnliches System haben, wie ich es vorgeschlagen habe, mit so einem Ombudsmann, der in der parlamentarischen Kontrollkommission vorsteht, zuarbeitet und so weiter und so fort mit Einblicksrecht und so weiter, selbst die haben so Skandale, wie jetzt neulich aus diesem Buch von diesem Al-Qaida-Spitzel irgendwie klar wurde, wo man sich an den Kopf fassen denkt, wie kann denn sowas passieren? Insofern werden wir da wahrscheinlich einen Dissens haben, was die grundsätzliche Notwendigkeit des Schutzes der Verfassung angeht, möglicherweise auch mit clandestinen Mitteln, stellt sich halt die grundlegende Frage ab, wenn die möglicherweise einfach andere Institutionen dafür brauchen. Ja, na, dieses Trennungsprinzip hätte ich gerne mal wieder umgesetzt. Ich meine, solange wir da draußen in Treptow halt irgendwie ein Antiterrorzentrum haben, wo die beide zusammensitzen und ich irgendwie immer wieder Berichte darüber kriege, wie einfach und schnell irgendwie geheimdienstliche Berichte in die Polizeiarbeit einfließen, hätte ich gerne mal wieder Trennungsgebot, ja, und ich meine, vielleicht wäre es auch dann hilfreich, wenn irgendwie unsere Sicherheitsbehörden nicht gemeinschaftlich irgendwie ihren Ball zu irgendwie 25 Jahren oder was war, irgendwie, was sie da neulich hatten, feiern, wo sie dann alle zusammen waren und irgendwie offensichtlich die Abschaffung des Trennungsgebots feierten, zusammen mit Herrn Fritschel. Vielleicht müssen wir uns da mal was Neues ausdenken. Ich würde ja auch vorschlagen, dass wir ein paar der Gespräche vielleicht nachher draußen an der Bar noch fortführen können, weil wir haben noch zwei Fragen, bitte noch so lange, wenigstens die Fragen noch an und dann, ja. Okay, du hattest darauf aufmerksam gemacht, dass Verschlüsselung sehr viel mehr Standard sein sollte, als es heutzutage ist, aber eigentlich geht es uns ja nicht um Verschlüsselung, uns geht es um Datenabfluss. Wir wollen den Datenabfluss auf Kommunikationskanälen verringern und das löst nicht unbedingt Verschlüsselung. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Vortrag irgendwie auf dem CCC, da wurde gezeigt, dass die, also das war vom Schweizer Geheimdienst, da ging es darum, dass es möglich war, Skype zu knacken, ohne die Verschlüsselung zu knacken, dass man in der Lage war, alle Gespräche zu rekonstruieren, aufgrund der Frequenzanalyse. Und die einzigen Systeme, die da eine gewisse, so eine Gegenpower liefern, sind im Endeffekt die Anonymitätssysteme, die quasi sicherstellen wollen, wenn da ein Kanal überwacht wird, dass das Signal möglichst dicht am weißen Rauschen ist. Und eigentlich müsste man das messen. Das heißt, das muss das Ziel sein, dass ein Kommunikationskanal, die Differenz zu weißem Rauschen ist, möglichst gering, also möglichst wenig Datenabfluss. Und nicht, ist Kryptografie oder ist es Verschlüsselung, weil wir wissen nicht, ob es wirklich sicher ist oder nicht. Ja gut, also worauf du dich da beziehst, war das Problem, dass Codex mit variabler Bandbreite, also wo halt die Sprache, wenn sie digital encodet wird, einer Schwankung der Bandbreite des Kanals unterliegt, wenn das nicht sozusagen mit abgedeckt wird. Aber das ist ein relativ einfacher Fall von diesem Problem, dass man halt den, also dass man Timing-Analysen auf jeder Ebene, also sowohl auf Mikroebene, also Single-Frame-Voice-Codec, als auch auf Zeitanalyse für zum Beispiel die Enttarnung von Anonymisierungssystemen verhindert. So, das ist ein interessantes Forschungsproblem, kein einfaches Forschungsproblem, also gerade, wenn man sich zum Beispiel Tor anguckt, als bekanntes Anonymisierungsproblem, wie wurden letztendlich Tor Nutzer deanonymisiert? Im Nymus haben die es einfach so gemacht, die haben halt den einfach den WLAN-Accesspoint plattgeschossen und geguckt, ob auf der anderen Seite, die aus dem Chat rausgefallen sind. Das heißt also, gegen so eine gezielten Attacken ist es sehr schwer, sich zu wehren. Und wir stehen da halt auch vor dem grundlegenden Problem, dass Analyseungssysteme momentan deswegen halbwegs gut funktionieren, weil die Überwachungstechnik einfach noch nicht so weit ist. Also in dem Augenblick, wo wir so weit sind, dass die NSA in der Lage ist, weltweit an Netzwerkknoten Überwachungstechnik zu deployen, die in der Lage ist, mikrosekundengenauer Timestamps an jedes Paket zu schreiben, wird auch Thor ein großes Problem haben. Wir werden möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass Realtime-Analyseungssysteme nicht möglich sind. Also dass wir nicht in der Lage sind, hier Realtime-Analyseungssysteme zu bauen, ist ja dann, wir machen den gesamten Kanal voll mit Cover-Traffic. Also es sind interessante Forschungsprobleme, die wir da haben. Aber jeder einzelne dieser Angriffe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ohne weiteres industrialisierbar. Und wogegen Verschlüsselung hilft primär, ist Massenüberwachung. Das heißt, industrielle angewandte Überwachung, die es möglich macht, Metadaten, Inhaltsdaten von Milliarden Leuten weltweit automatisch zu erfassen und zu verarbeiten. Dagegen hilft Verschlüsselung ganz gut. Dass es im Einzelfall möglich ist, Verschlüsselung zu überwinden, zu umgehen, auszuhebeln, durch Zeitanalysen zu umgehen und so weiter und so fort, ändert daran nichts. Worum es geht, ist erstmal primär dafür zu sorgen, dass diese massenhafte Überwachung so teuer und schwierig wird, dass wir dahin kommen, dass die wieder zu dem zurückgehen müssen, wofür sie eigentlich ein Mandat haben, nämlich im Einzelfall zu gucken, wer sind denn wirklich die bösen Jungs und denen hinterher zu steigen und zwar mit Mühe und Aufwand. Sie hatten vorhin gesprochen von Incentives, dass man, wenn man die richtigen Anreize den Unternehmen gibt, dass sie dann auch entsprechend andere Produkte anbieten. In dem Zusammenhang wird meistens davon ausgegangen, dass die Anreize gesetzlich formuliert werden, also von oben kommen, vom Staat. Ich könnte mir vorstellen, dass auch von der Konsumentenseite her entsprechende Anreize immer mehr in den Markt kommen, also dass jetzt in den letzten Jahren einfach mehr Bewusstsein entstanden ist, zum Beispiel, dass Facebook zu viele Daten von uns haben will und dass dadurch halt ein gewisses Interesse im Markt besteht, dass es andere Facebooks, alternative Facebooks geben sollte. Können Sie dazu noch was sagen, wie weit Sie Hoffnung haben, dass unternehmerische Weltverbesserung von unten sozusagen passieren kann, so wie zum Beispiel im Währungsbereich, wo einfach unabhängig von Staaten private Akteure begonnen haben, Alternativen aufzubauen? Also die Hoffnung habe ich schon, allerdings sind wir in einer Situation, wo wir schon davon ausgehen müssen, dass es für bestimmte Bereiche einfach natürliche Oligopole gibt. Also wenn wir mal ganz kurz drüber nachdenken, also mal radikal drüber nachdenken, gibt es eigentlich keine faktische Notwendigkeit für mehr als einen Online-Shop oder mehr als eine Suchmaschine oder mehr als einen E-Mail-Dienst, wenn die hinreichend perfekt funktionieren. Und genau auf diesem, ja, also genau darauf beruht ja eben auch die Macht von sowas wie Amazon oder Google oder auch Facebook, dass eben alle da sind. Und die zu brechen, alleine mit, sagen wir mal, den Konsumentenwillen, stellt sich schon deswegen als schwierig heraus, weil das oberste Ziel dieser Unternehmen ist natürlich so eine Stickiness. Das heißt, heißt, dass die Leute einfach da bleiben, weil alle ihre Freunde da sind, weil es bequem ist, weil es billig ist und sie eigentlich, naja, ihnen nicht so sehr auf den Geist gehen. Und wenn man sich so anguckt, wie groß zum Beispiel das Stockholm-Syndrom bei Facebook-Nutzern ist, also wie sehr die halt einfach da nicht weg können so, weil die sind halt, ja, festgehalten, dann habe ich da so gewisse Zweifel. Da kann es sein, dass es so eine Mechanismen gibt und dass man die auch triggern kann, aber ich habe schon den Eindruck, dass dieses generelle, ja, nee, also wenn wir jetzt da anfangen zu regulieren, das ist erstmal prinzipiell böse, also dass diese Einstellung eigentlich falsch ist, weil, gucken wir uns mal die Geschichte an, wir haben immer den Effekt gehabt, dass in dem Augenblick, wo es eine neue Generation von Wirtschaft gab, dass sich solche irgendwie, ja, Monopole, Oligopole herausgebildet haben und dass die halt irgendwann reguliert wurden, also dass die halt einfach eine Regulierung bedurften, weil sie halt einfach, und die Argumente, die die damals gebracht haben, also wenn Sie sich zum Beispiel mal die amerikanischen Monopolkommissionsgeschichten angucken, die Argumente waren genau dieselben, die Google gebracht hat heute, die sagen, ja, der Konsument hat doch die Wahl, da gibt es doch noch diesen klitzekleinen da drüben links in der Ecke, da können Sie doch hingehen, wenn Sie wollen, Sie wollen aber offensichtlich nicht. Also das heißt also, die Mechanismen ändern sich da nicht so sehr, nur dass wir jetzt halt noch interne Netzwerkeffekte haben, die dazu führen, ist eben zu sagen, okay, ich will nicht, also genauso wie es sehr schwer ist zu sagen, ich lebe ohne Mobiltelefon, ist also sozial nur möglich, wenn man halt viele andere Menschen hat, denen es auch so geht und diese Schwierigkeiten zu durchbrechen, denke ich, bedarf es durchaus eben auch staatliche Regulierung beziehungsweise Monopolregulierung. Dann muss man vielleicht auch sagen, dass das Panopticon auch nur zur Hälfte gebaut ist, weil wenn man bei Bentham mal nachguckt, sollte ja der Turm nicht nur die Gefangenen überwachen, diese berühmte Architektur, die euch allen hier bekannt ist, sondern der Turm selbst sollte auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, damit man nämlich einen Einblick hat, dass die Werte ihre Macht nicht missbrauchen und etwa Gefangene misshandeln. Also dieses Who watches the watchers wollte Bentham ja auch beantwortet haben, aber wir haben genau bei der Hälfte eigentlich aufgehört, dass wir sagen, der Turm steht jetzt da und in den selbst kann niemand reingucken, also auch die Öffentlichkeit nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal mit einem Hinweis auf den Ausweg, also Öffentlichkeit im Sinne von dem größten Tribunal der Gerechtigkeit, wie es Bentham ausgedrückt hat. Danke dir, Frank, für die Ausblick, für die Hoffnung. Vielen Dank.